Let's play Stranded Deep mit dem Darky Priest. Mein gebrochener Arm ist ja sehr obszön. Egal, das läuft. Die sind halt, geht ja nicht. So, ich versuche jetzt mal mein Karboislein ein wenig auszubauen. Na, das geht noch nicht. Ja, und was gibt's zu sagen, was gibt's Neues? Nix. Es war ein kleines Update, ich weiß jetzt nicht genau, was mir dieses Update zu bringen würde. Das geht schon mal dunkel, oder was? Ach, hier ist einer und hier ist einer. Beide abgeerntet. Nö, nö, nö. Ach, das sind ja genug. Guck mal, wenn wir mal ein Leiterchen, ein Leiterchen bei, ne, wa. Ich glaube, so war ich sechs Stück. Ähm. 3,4,5, nein! Oh, bis man die Tastenfolge jedes Mal wieder drin hat. Geht ja mal gar nicht da. Ach, hier! Ach, dann braucht man nicht mal die Stick schon mal. Ja, also wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, was jetzt überhaupt Neues in dem Update kam oder überhaupt was Neues kam. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt einfach mal wieder Bock gehabt hier ein bisschen zu Tiefstranden. Ah, guck mal, Sharky Shark, unser Sharkman. Fertritt als Ersturm, komm! Irgendwann mache ich hier noch Platz. Irgendwann mache ich hier noch Platz. Irgendwann mache ich hier noch Platz. Blöden. Na, sind die jetzt schon wieder aktiv da? Die Gründigen. Na? Na, ich habe bloß die Bräunze ein bisschen länger. Och, nö, jetzt, Bruder. Ich brauche mal mein Spier. Na, dann essen wir halt mal was. 說服, inc like, inc like, inc like, inc like beesw underpay, Shooto, buch 00,000,000,000,000,000,000,000. 쓰�watch, quvcf, 3X-52,000,000,000,000,000,000,000,000,000 anTAți-200,000,000,000,000,000 mit著influssen, Exterball Kokosnuss. Einmal. Zweimal. Ey, jetzt kotzt mich doch an. Sorry, aber das ist jedes Mal eine so was von immense Umstellung. Ähhh, was und das wollen wir denn essen, man? Ah, da schauen wir halt mal ein bisschen auf die See. Krab grab. Hm hmmm. Krab grab grab. Krab grab grab. Pfries? Ist es welche, wo ich endlich wieder zum abermden habe.? Sag mal, sonst wachsen wir doch auch schneller. sind die jetzt kaputt was das jetzt bitte nicht bitte tun sie mir doch nicht an sehr gut wenn man spiel wo wir gehen immer ein bisschen hier ist ja eine fetsch eine fetsch die ne Gehen wir halt ein bisschen heim. Gehen wir halt ein bisschen taugen. Gehen wir halt ein bisschen heim. Ich habe immer Paranoia, wenn ich hier, dass das Sharky Sharkman mich nicht frisst. Ah, das Sticken ist auch nicht so toll. Ah, da bereiten wir halt alles schon mal für das Lagerfeier schon vor. Eins, zwei, drei, vier. Wanderfuhl. Wanderfuhl. Halt nur. Halt nur ein paar Sticky Sticks. Wie viel nehmen wir denn? Eins, zwei, drei, drei. Ich meine, die müssten doch einfach jetzt nochmal hier drauf gelegt werden. Eins, zwei, drei. Neu. Naja, aber warum Crafty? Ein Hammer. Ein Hamza. Ja. Sorry Leute, aber das ist ja... Mach keinen Sinn. Mach keinen Sinn. Gerhard, rauf jetzt. Boah. 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 Ne, darf ich das jetzt noch nicht brauchen? Na, guck mal die Jokas. Hey, sag mal, was ist denn heute? Nimm das. Und jetzt nimm das. Ah, ich seh schon, wir werden heute richtig schnell vorankommen hier mit meinem Gedöten. So. Jetzt geht die Sonne bald schon wieder unter. Der Obersack muss auch unter sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sind halt leider zu wenig, aber 6. Was sieht es bei mir sonst aus? Nein. Ich hab noch Kokosnütze. Nein. Nein. Schau mal. Sag mal, drückst du vorwärts und der geht rückwärts zum Raum hoch. Mach keinen Sinn. Ne, halt das jetzt mal nicht. Das machen wir jetzt mal nicht. Jetzt machen wir hier mal Feierschen an. Dann grillen wir halt ein bisschen. Kann man das jetzt nicht? Wieso kann man das denn jetzt nicht machen? Nein. Ähm. Oder jetzt jedes Mal ein neues. Können wir mal ein letztes Mal, dass das auch funktioniert. So. Geht da rein. So. Ach man. Geht denn das jetzt nicht mehr? Ja. Ne, da. Guck. Irgendwie. Der will jetzt auch nicht da reingehen, hier. Was war mal, du Orser? Also. Sticky stick. Oh, geht's nur da aus den Schein, hier. in das nicht und wenn ich kein feuer machen jetzt weiß ich auch nicht mal was ich machen soll die kann man auch nicht mehr abwenden gehen jetzt echt nur noch einmal pro tag abzuwenden das wäre wäre nicht gut es muss doch gehen dann macht er jetzt mal ein neues um himmels willen hmm um oder sagt man sich jedes mal wieder neu bauen Warte mal, wenn ich den jedes Mal wieder hier rein setze, geht das? Legen wir die mal wieder weg da. So. Och, legt euch halt oben hin. Kuh, Kuh, Kuh. Und wie war das denn selber, blöde Kuh? Kann ich das jetzt nehmen und hier reinsetzen? Nö. Hä? Ja, aber das muss doch irgendwie gehen. Ah, warte mal. Stick nehmen. Okay. Ah, okay. Jetzt hab ich's. Und er sah, dass es gut war. Das macht Sinn. So. So. Ja, dann schmeißen wir halt weg. Ja. Nehmen wir hier ein E. Ja, ein bisschen grillen. Währenddessen ein bisschen. Was schlürfen. Hm. Ich dachte, er war auch nicht so genau drauf zeigen. Gut. Ich könnte ihn drehen. Ich nehme mich hier erstmal auf. Auf zu grillen. Vielleicht sind dann morgen. Ah, bing. Oh, den Essen muss gleich. Nein. Muss ich weg gucken. Sonst wird das alles nämlich. E. Lass gar nicht hingucken. Soweit ihr hinguckt. Blöd. Warte, bis die Mikrowelle fährt. Aber nachher gibt's noch Krebsi-Krebs. Genau. Jetzt nachher noch einen schönen Krebsi-Krebs. So, aber. Wie. Ja. So. Was? Was? Ja, aber doch. Was? 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 Was ist denn das? Was? 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 Warum auch immer ich jetzt gerade Leben verlebe. Alles sowohl von meiner Matratzke ab. Ach ja, irgendwie ist ja schon schön hier alles. Und Sterne sieht man an. Wonderful. Bing. Ist das jetzt eigentlich ein Cooked Crab? Ach ja, eigentlich ist das schon natürlich hier. Ich will aber kurz mal gucken, ob ich den Yuka gleich nochmal schlafe. Schlafe ich denn erst mal ne Runde? Dann werde ich gucken, ob ich den Yuka nochmal befinde. Ob er runsten kann? Ob er runten? Muss ja mal schauen. Guckt Fisch? Guckt Sardin? Gut. Hm. Hm. Irgendwie keinen Sinn. Ach, Mordenboot. Ah, das sieht ja schon gierig aus, ne? Ja, krabbel nur rein. Du Heldenverdiente. Äh, es verdient euch schon. So, noch ein paar Dienchen in Ehren kann keiner verwehren. Warum ich jetzt auch immer Leben verloren habe. Aber so ist es halt im Leben. Eine krude Axt brauche ich. Ah, guck mal. Und jetzt sagen wir fällen gleich noch ein Pelmel ein. Ein Pelmel noch. Damit es uns nicht zu langweilig wird. Okay, was wir jetzt gerade gefällt haben, weiß ich jetzt zwar nicht, aber... ... Na erstmal einsammeln. Eins. Zwei. Drei. Abro. Merp merp. Ba 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 ba. Ich könnte hier voll mein musikalisches Talent aus... Ich meine, nicht vorhandenes musikalisches Talent wohl gemacht. Ach, das stimmt. Hier waren wir. Eins, zwei, drei, vier. Bin ich schon wieder auf dem Baum. Du weißt, was passiert. Eins, zwei, drei, vier. Ja, fünf, sechs. So. Jetzt gucken wir aber doch noch ein paar Sticky Sticks. Sticky Sticky. Ski. So. Saal. Jenni. Savi. Saal. So. So. Ja. Na, na, na. Tja, lebt denn der alte Holzmichelne, Holzmichelne, Holzmichelne. Also ich sehe schon, ob lang oder kurz müssen wir sowieso die Insel verlassen, um immer mehr Rohstoffe hier hinzubringen. Weil sonst bedeutet nichts, ne? So, jetzt komm schon, ein Baum. So, jetzt nehmen wir noch ein paar Sticks mit. Wenn wir schon mal da sind. Oh, als nächstes mal kann ich noch drei reinlegen oder vier, äh, drei oder zwei reinlegen, weil das fällt ja auch ewig. So, eins, zwei, drei, vier. Ja, das reicht noch nicht. Gehen wir aber nochmal da rüber. Eins, zwei, drei, vier. Ah, was ist denn? Was hab ich denn alles wieder? Ach, das Insulanerleben ist auch nicht unbedingt immer so leicht, ne? Ja, ja. Hammer. Ich brauche doch den Hamm-Mäler. Fandtischen, vier Meter. Seine? Ja, genau, der Hammer, der muss da hin, weil sonst geht das ja gar nicht. Ach, ich hab ja nicht Gemüse. Na, ich hab ja nicht verarschen. Was ist denn vor? Jetzt hast du den Hammer, oder was? Jetzt sehe ich nicht wieder. Hä? Ey, wenn du noch einmal diesen blöden Hammer da hinwirfst, den Vogel. Oh, ich hab doch acht solche Bände. So. So. Aber einen sollte ich vielleicht übrig lassen, ne? Für... Für ne Ex. 3% 3% Ach, weißt du was? 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 Ich hab doch jetzt ein, bitte. Dankeschön. Bleib liegen. Bleib liegen, du Arscher. Warum geht denn das wieder mal nicht? Foundation? 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 Das ist alles schön und gut, aber ich will keine Foundation-Found. Hä? Nein. Ja gut, machen wir's anders. Was? Die Kämpfer? Nein, wir sollten nicht draufhören. Das verstehe ich doch nicht so ganz. Naja gut. Wie geht's mir eigentlich? Oh. Nichts zu gut. Oh. Nichts zu gut. Ich mach jetzt meine Axt kaputt. So, ins Bäume in der Axt. Da kann ich die ganze Sache mal in... um auslangen. Nach der Hai. So. Oh, das war's. Oh. 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 Also gut, würde ich sagen, dann gehe ich jetzt mal ins Bettchen und bye bye und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Stranded Deep mit dem Darky Priest. Viel Spaß noch, tschüssen!